Ich möchte mich nochmal bedanken an die zahlreichen Unterstützer, die heute alle hergekommen sind und vor allem auch die Redner. Was wir heute hier gezeigt haben, ist es, wie es sein sollte in der Politik. Miteinander reden, aneinander zuhören und dann eben auch diskutieren für das Beste, die beste Lösung für uns alle. In diesem Sinne möchte ich zum krönenden Abschluss gerne nochmal die deutsche Nationalhymne anstimmen wollen. Miteinander reden, aneinander zuhören und dann eben auch diskutieren für das Beste, die beste Lösung für den Sinn. Schöne Leinze, dieses Möge, der Leidische Vater. Schöne Leinze, dieses Möge, der Leidische Vater. Danke Eisnach, danke an alle, ein großes Dankeschön auch an die Polizei, die uns mit unterstützt hat. Wir sind eine Nation, die Veranstaltung ist beendet. Bis zum nächsten Mal. Ja, siehst du? Kommt ihr auch nicht? Ja, siehst du. Ja, siehst du. Ja, siehst du. Auch kein Feuer damit sein! Das war's für heute, das war's für heute. 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 So, liebe Leute. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.